Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Döll, Nie oder Jetzt. Im März 2017 erschien das Collabo-Album Ich und mein Bruder, welches Döll gemeinsam mit seinem Bruder Madness gemacht hat. Knapp ein Jahr später kommt nun das erste Solo-Album von Döll. Nie oder Jetzt kommt mit 13 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album erscheint über das eigene Label Döll und erscheint als CD und auch als Vinyl. Nach seinem Abgang von Er ist guter Junge veröffentlichte Emo 030 im Mai 2018 seine EP Mo Season. Nun ist es an der Zeit für das erste Album des Berliners. Mo Zone beinhaltet 12 Tracks. Features kommen von Olexesh, Motrip, Jalil, Flair, Michael O und Nico Nuevo. Das Album wird über Emo 030 veröffentlicht und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.